Die halbe Welt, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeguckt, alle essen, Köttbullar, Tschöttbullar, wie auch immer das ausgespricht, der Typ an der Ausgabe hat Köttbullar gesagt und die, hallo, servus, ja, jetzt schon, du hast es ins Video geschafft, ja, ist kein Problem, du bist ganz schön super, lieber, ja, so ist das manchmal, wir drehen gerade ein neues Video, wie du siehst, ne, ist kein Problem, sag deinen Namen, Oliver, grüß dich, ich bin der Bernd, hallo, was gibt's für euch auch, Köttbullar, oder, ja, demnächst, okay, ja, dann bin ich gespannt, ich will mal gucken, ob ich die besser hinkriege, mach das mal, bin ich mir sicher, dass du es schaffst, ja, ich gebe mir Mühe, aber erst mal probieren, ja, danke dir, ihr seht, auch bei unseren Abonnenten ist Köttbullar beliebt, also von daher, wie ich will die gerne mal probieren, also aktuell ist es so, jetzt gibt es super viel plant-based Varianten, sogar zwei verschiedene haben wir gesehen, eine ist Erbsenprotein und die andere irgendwie so ein pflanzliches Ding, ne, so keine Ahnung, und, ja, du kriegst hier tatsächlich auch unten in diesem Schweden-Shop, du kriegst hier so eine Tütensoße, das ist diese Rahmsoße hier, du kannst die Dinger tiefgefroren kaufen und du kannst sogar den Kartoffelpüree kaufen, ähm, ich glaub Erbsen nicht, aber ich weiß nicht genau, aber, lass uns auf jeden Fall mal, ähm, probieren, was direkt auffällt, die Erbsen ist im Wasser warm gemacht, da fehlt komplett Salz, ne, also sie ist wirklich, weil sie ist wirklich freudig, was kostet es jetzt hier, 18 Euro insgesamt, also Köttbullar wahrscheinlich 7, 13,90, ne, 6,95, ja, 6,95, ja, das ist natürlich sehr günstig, auch ne, für Hackfleisch, aber es ist auch jetzt nicht super groß, ne, ist keine große Portion, aber gut, lass mal Püree probieren, ja, das ist halt so, ja, dann fertig Püree, ne, aber, hm, kann man schon, das war schon gut essen, ich habe schon, viel schlimmer gegessen, sag ich dir ganz ehrlich, ne, okay, jetzt lasst mal so ein Bällchen hier probieren, und die gehen ja mit Preiselbärengut rein, ne, mit der Rahmsoße, pergi, eins, die sind aber, hm, anders, die schmecken so wie eine fernstelle schmeckt so was ja ich hab dir ja früher gegessen ja die schmecken wie eine gute fertigstelle würde ich sagen ich werde immer noch gleich ich würde sagen es ist so und so und so wie soll ich sagen so mit einem feinen brät eigentlich gearbeitet ich fand die immer gut also ja das ist ja nichts schlechtes wobei es hat voll kombiniert ist also die erbsen sind schlimm ja wirklich oder die soße ist so also ohne die preise werden richtig gar nichts das kriegen auf jeden fall besser hin dass man das besser hinkriegt ist ja klar aber kriegen das auch für das geld hin also das ziel ist wie wir vielleicht sind das 24 24 6 18 11 stück hast du hast 1 gegessen oder also es 12 stück 12 stück die herausforderung der kelle gar doppelbrei erbsen dazu die herausforderung ist 13 euro und ja gut wir besorgen die zutaten jetzt und dann kommen wir es nach und gucken was wird okay dann sehen wir uns gleich in der küche schauen was wird was wird da sind wir schon in unserer küche und wie ihr seht das ist eine nagelneue küche und zwar sind wir in unserem neuen studio übrigens heute premiere maßgeblich daran beteiligt dass wir heute in dieser neuen küche stehen dürfen ist natürlich küche und co sebastian becker in wiesbaden vielen herzlichen dank für die unterstützung das ist ein küchenfarbmarkt also da gibt es ehrliche preise keine fake rabatte und außerdem sind die spezialisten für stein und hier diese edelstahl und metallarbeitsplatten wenn ihr bock habt link haben wir in die beschreibung gepackt so damit ihr bescheid wisst geile küche ich werde jetzt die köttbullar und ich habe nachgeguckt köttbullar sagen auch viele also nagelt mich nicht darauf fest köttbullar köttbullar was auch immer wir machen die jetzt besser und zwar mit einfachsten möglichkeiten man kann das ein bisschen auf die spitze treiben habe ich mir überlegt man könnte nämlich einen teil dieses hackfleisch was wir hier verwenden werden das können wir auf jeden fall zu einer farce verarbeiten das mache ich jetzt nicht weil ihr das zu hause bestimmt auch nicht machen werdet auf dem herz steht schon hoffmann pfanne hoffmann topf dazu machen wir natürlich ein bisschen kartoffelpüree sowie da auch tiefkühlerbsen habe ich mir auch besorgt ja ich zeige euch wie man mit ganz kleinem aufwand das einfach besser machen kann als es vorher war ich schäle jetzt erst mal ein paar kartoffeln und setzt die auf und dann sehen wir uns gleich wieder zum ja ok kartoffeln sind geschält da sind noch ein bisschen salz rein da kommen uns einen schönen kartoffelpüree deckel drauf hoffmann macht auch töpfe der eine andere wusste vielleicht noch nicht so jetzt gehen wir rüber zum hackfleisch und jetzt habe ich gesehen da waren da gestern ein paar kräuter mit drin gewesen das habe ich mir hier ein bisschen petersilie die hacken wir uns auf jeden fall damit rein und ansonsten war da nichts weiter drin ich neige dazu tendenziell da irgendwie auch ein paar zwiebeln und so was rein zu machen aber ich habe mir gedacht es war nicht drin dann machen wir es auch nicht aber ich möchte nicht auf zwiebel und knoblauch geschmack verzichten deswegen nehmen wir das als getrocknetes dazu das funktioniert bestimmt ganz gut ja kräuter waren relativ viele drin ich habe jetzt hier so ein bisschen petersilie mit haut und haaren hacken wir uns ein bisschen schön zusammen dann haben wir es und guck mal was ich vorhin gesagt habe das ding ist wenn wir ein teil des hackfleischs jetzt nehmen würden und würden eine feinere farce draus machen vielleicht mit so ein bisschen bisschen sahne drin und so weiter in der küchenmaschine laufen lassen dann kriegst du dann noch irgendwie eine feinere bindung rein was wir jetzt kriegen werden so frikadellenbällchen sein aber wenn die gut schmecken und in der rahmsoße sind nachher dann ist das ja auch vollkommen okay aber wichtig ist das ihr wisst man könnte es noch ein bisschen feiner machen so jetzt wollen wir uns hier erstmal schön ein bisschen petersilie rein und dann würzen wir ein bisschen salz klarer fall das hier ist so ein schönes fleckiges meersalz maldorn dann haben wir knoblauch granulat davon darfst nicht zu viel machen sonst hast nachher hier keine ahnung irgendwie so dünner bällchen dann habe ich zwiebeln auch granuliert davon gehen auch ein paar mit dran und die sind so ein bisschen gröber guckt mal die gibt es auch ganz fein gemahlen aber die hier sind ganz gut für das geeignet hier dabei geht das zu ihr wisst schwarzer steak pfeffer stehe ich drauf nicht zu viel und es wird scharf gut so dann haben wir uns da noch ein ei rein oder wahrscheinlich sogar noch zwei ein zweites anfang schon an zu kommen das geht gut ab und dann müssen wir uns das jetzt hier schon mal schön durch so jetzt habe ich das schon einmal ein bisschen durch gemengt und jetzt habe ich mir ein bisschen paniermehl dazu und dann gehen wir mal so einen schönen layer von den sammelbröseln oben drauf ja ich denke mir das müsst ihr da gibt es kein rezept führen da müsst ihr euch selber so ein bisschen ran tasten was da sinn macht wie das ist von der konsistenz her dass sie nicht zu hart werden nachher aber trotzdem schöne festigkeit haben da hat ja jeder so sein ding ja das ist glaube ich hier auf dem allerbesten weg gut ich menge das fertig und dann fangen wir direkt an welchen zu formen okay so fertig ist es ja und jetzt haben wir uns die hände ein bisschen nass und dann kleine schöne hackfleisch bällchen abformen das mache ich jetzt für euch ja ihr könnt ihr von der größe her sind variabel aber die waren jetzt auch relativ klein gewesen von daher ist fast zu viel aber das ist schön die haben eine gute konsistenz die kriegen wenn du sie mit wasser so ein bisschen rollst außenrum kriegen eine schöne oberfläche fleißarbeit so ist gerollt fahrern auf dem erd karten kommen wir mal ein bisschen pflanzenöl rein bis hier bis hier man muss ja nicht so ewig viel geschichte pfanne geht er ganz gut ab dann legen wir hier die jungs und mädels schon mal vorsichtig da rein ich fand es jetzt noch nicht so glühend heißt eine gute temperatur aktuell das war schon bewusst ich will da jetzt nicht irgendwie wie frikadellen von einer seite so hart anbraten sondern die sollen ja rundherum ein bisschen bräune kriegen und dann ist die überlegung jetzt hier in dieser pfanne dann auch direkt die rahmsoße zu ziehen gleich dann nehmen wir uns so ein bisschen von und ein bisschen trallala ja zeigt euch auf jeden fall gleich dann mache ich ein bisschen ordnung wir braten da dürften auch gleich die kartoffeln fertig sehr gut perfekt noch was mal wie die mutter frühe handtuch drauf drüber und dann diesmal ab wunderschöne kann man kurz ausdampeln lassen das ist immer wichtig und dann jagen wir die durch die presse und dann machen wir einen schönen karten für wir davon und schon mal schön die hähnchen hähnchen sagt die bellchen so schön wie die bellchen hier in der fahne vor sich hin brutzeln leichte hitze rundherum schön ein bisschen farbe kriegen lassen und dann stellen wir uns die gleich warm und dann haben wir schon mal geschmack in der pfanne drin da gibt es dann so schön schön ausgedampft perfekt und dann gehen wir rüber und dann durch die presse ich habe hier so eine kartoffelpresse dann holen wir es immer kartoffelchen rein und dann geht es durch in die schüssel und das was da rauskommt ist halt schöne feine kartoffel musla das mag ich eigentlich am liebsten habt ihr schon mal gemacht so einfach ist es eigentlich das macht ja jetzt nicht großartig viel mehr dreck aber sonst fertig püree anrühren das ist schon weiß ich nicht weiß ich nicht ich mache euch jetzt mal schönes galoppelpüree die bädchen sind fertig so machen wir schnell das püree fertig guck also karoppel durchgedrückt her da gehen wir ein bisschen frisch muskat das muss auf jeden fall sein beim salz ist es so dass ihr je nachdem wie viele gekocht habt schon beziehungsweise im kochwasser schon salz drin gehabt habt müsst ihr erstmal probieren hier war es schon fast ok gewesen ja ich glaube da machen wir gar nicht mehr großartig viel rein das reicht mir so vom geschmack her ein bisschen butter geht natürlich rein ein paar butterflöckchen und ich habe hier drüben milch die machen wir uns einmal kurz warm so ein bisschen in dem topf dem wir schon aufstehen hatten das geht relativ zügig und dann rühren wir uns das hier mal zusammen und da brauchst du schon gar nicht viel mehr wenn der butter hast glückchen milch dran kommt gleich das geht super schnell der topfer temperatur ein bisschen milch dran schön raus rühren schönen kartoffelpüree und das ding ist halt wenn man die durch die presse gedrückt hat hast du halt wunderschönes feines püree kann man natürlich auch ein bisschen fester machen wenn das stampft ist alles okay so das lassen wir jetzt mal hier so und stellen es auf die seite das hält ja und dann gehen die jungs hier gehen mal kurz zum warm halten könnt ihr im ofen machen oder ich habe hier so eine wärmeschublade so jetzt geht es weiter so machen wir hier ein bisschen tomatenmark rein nicht viel nicht viel ach so übrigens den anderen topf kommen die erbsen schon weil das war ja also das war ja nur tiefkühl erbsen warm gemacht da da kommt die butter dazu dann stellen wir die bitte hinten drauf machen ganz kleinen schluck sahne mit rein habe ich hier einfach nur so dann lassen wir dann mal gemütlich warm werden die würzen wir gleich schön und dann ist alles in ordnung so haben wir hier ein bisschen tomatenmark lassen wir anschwitzen jetzt versuchen wir mal ganz einfach eine rahmsoße zu kochen und zwar geht da so ein bisschen paprikapulver noch mit rein für die farbe dann gibt das so eine schöne ja nicht rötliche aber mehr so ihr wisst schon ihr seht jetzt gleich tatsächlich so und jetzt habe ich hier so ein bisschen wenn davon und dem dies noch auf so schnell geht es ist der kochlöffel auf jeden fall nicht mehr das richtige werkzeug der geht jetzt wieder rein und ich versuche einen kleinen schneebesen die gibt es übrigens auch bei hoffmann da gehen die pfannen nicht kaputt die sind hier beschichtet so jetzt haben wir hier schon den geschmack von den köttbullar drin schüttbullar wie auch immer jetzt haben wir ein bisschen farbe so jetzt drehen wir mal hoch den kameraden und dann geht er nach dem kurzen einkochen auch schon die sahne mit rein und da werdet ihr sehen ruckzuck haben wir ein schönes rahm sößchen vielleicht muss das noch ein bisschen abziehen mal sehen so püree fertig ich freue ein bisschen auf dann essen wir jetzt haben wir das hier schön einkochen lassen und dann gehen wir mal einen guten schluck sahne oben drauf da ist das jetzt ein bisschen rötlicher aber unterm strich wird das gleich eine schöne rahm soße werden seht ihr das und die schöne farbe normalerweise wird jetzt so richtig grau und durch ein bisschen tomate und ein bisschen paprika kriegt sie diese schöne farbe aufkochen lassen die erbsen sind auch soweit kann man so sehen die ersten dann jetzt aus wenn man die einfach mit ein bisschen sahne was mir da hat da schmeckt es auch gut stückchen butter dran bis die salz pfeffer und dann geht's los als pfeffer hier auch ein bisschen salz pfeffer da auch ja ich glaube das wird was ist das eine geile farbe oder was kann man ja so eine geile rahm so es ist geworden ist tippitoppi sondern besorgt schon mal ein teller und wahrscheinlich müssen wir die hier noch ab und das einmal auf kochen ist die gut und hier das ziehen wir noch ein bisschen ab da habe ich ein bisschen saucenbinder am start hier für die erbschen einfach ein bisschen saucenbinder hier gibt es auch ein bisschen perfekt dann kriegen wir da so ein bisschen schön glanz dran ist nicht mehr ganz so dünn einmal aufkochen wunderbar ich bin begeistert kann man noch keine stückchen sahne so jetzt geht es weiter kartoffelpüree schönen schlag oben drauf das kamer hübscher machen aber ja kommt das ist doch schon das ist schon gut so jetzt haben wir drüben hahaha die legen einfach mal gehen wie war es gewesen zwölf stück hatte mir 24 56 78 19 11 und 12 die andere ständig war und gibt es nachher die können wir doch hier so ein bisschen dazwischen laufen lassen und da noch ein paar erbschen die waren einfach nur so lieblos an die seite das war natürlich heute auch ein bisschen anders einfach schön ein bisschen abgezogen ja viel mehr war es nicht so sauber machen und dann sehen wir uns in unserem niegelnagelneuen esszimmer okay da sitzen wir in unserem nagelneuen esszimmer und da sind unsere köpula ich würde sagen ganz ehrlich leute also das war jetzt kein riesenaufwand und das wird auf jeden fall um welten besser schmecken als das was wir da vorgesetzt bekommen haben klar jetzt werde ich sagen für das geld aber ehrlich viel teurer kann das ja nicht gewesen sein wir können es mal ausrechnen dann schreiben wir so ein jetzt probieren wir auf jeden fall mal bällchen soße also preiselbeeren preiselbeer rahmsoße bällchen ein bisschen püree die rahmen also die preiselbeeren die machen es dann schon aus ein bisschen erbschen obendrauf nochmal perfect bite ich bin gespannt ich sage euch was das ist auf jeden fall nicht schlecht ja ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch noch einen schönen sonntag wenn ihr wollt geben sie daumen nach oben schreibt netten kommentar wir freuen uns natürlich über wir lesen noch alles ja und falls ihr es aus irgendwelchen gründen noch nicht gemacht habt hier unten links da könnt ihr den kanal abonnieren für uns bedeutet die welt wir freuen uns darüber und außerdem sind wir auf den weg zu 100.000 abonnenten und das 100.000 abonnenten spezial das wird komplett geisteskrank das kann ich euch jetzt schon versprechen also welle machen erzählt euren freunden bekannten und der familie von ihren von diesem kanal und gibt gas wir essen tschüss auf What do you do to love?